So, wir sind heute im Goodison Park in Everton und spielen gegen den besagten FC Everton. Das wird keine leichte Aufgabe. Ich glaube, die stehen nämlich recht weit oben in der Tabelle. Schauen wir mal, Platz 6 ist Euroleague-Qualifikation. Hier sind schon 9 Punkte vor United. Nicht ganz gut, gegen die spielen wir auch, glaube ich, bald. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie diese Partie hier ausgehen wird im Goodison Park mit A11. Auf geht's gegen die Toffees. Mahrez. Ja, kommt schon mal durch. Pato. Simpson. Mal zurückgelegt, Tillemanns. Nein. Lennon. Mahrez ist da. Und mit dem Fehlpass. Lennon. Gibson. Lennon. Berkeley. Der Lennon. Berkeley. Fuchs. Fuchs. Nee, Berkeley immer noch am Ball. Lennon. Lennon. Körner. Lennon. Geblockt. Lennon. Vorbei. Also, er macht's auch für diese ersten 10 Minuten. Ja, Gielka. McCarthy. Leighton Baines. Gipsen. Jetzt haben wir ihn mal. Inna. Pato. Zu Vardy. 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 1-0. Jamie Vardy. Fünfzehnte Minute nach Vorlage von Alex und Reparto. 1-0. Jamie Vardy. Löst sich von John Stones, deine Innenverteidigung. Und dann ist es ein leichtes für den Routini im Sturm. So. Damit hat Jamie Vardy auch mal wieder ein Tor. Das ist ein Foul. Ja, natürlich ist es ein Foul. Pato, beschwere dich nicht. Spiel lieber weiter. McCarthy. Wenn sich einer beschwert haben, nehme ich nicht das. Miralas. Ja, Gielka. Oh, Ja, Gielka. Oh, Pato. Vardy. 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 Was eine Parade. Eieieiei. Was ein Fehler von Ja, Gielka. Glück gehabt für Erwarten. Simpsons. Flanke. Abgeblockt. Barclay. McCarthy. Oh, was ein Fehler. Tielewand. 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 Flanke. Pato. 2-0. Jetzt kommt Spitter. Nächster dicker Bock von Erwarten und Alexandro Pato. 23. Minute. 2-0. Vorlage diesmal von Juri Tielewand. Super gemacht. Super eingelaufen. Pato. Kommt da frei zum Kopfball und Joel im Tor. Ohne Chance. Jungs. Sehr schön. Gibson. Lennon. 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 Gibson. Gibson. Knappes Ding von Gibson. 30, 40 Zentimeter haben gefehlt. Barclay. Marty. Pato. Philippe Andersson. Ah, kommt da nicht vorbei. Von Philippe Andersson heute auch noch fast nichts zu sehen. Aber er ist auch noch nicht so lange gespielt. Baines. Und aus. Mahrez. Mahrez. Oh, nächster Fehler. Philippe Andersson kriegt den Ball von Lennon abgenommen. Ja, Gjelka. Pato. Simpson. Tiele. Manns. Ein Stock weg tiefer das nächste Mal. Pato. Gut gemacht. Tiele Manns. Zu Vardy. Vardy, 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 Vardy. 3-0. Doppel. 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 Jimmy Vardy. 40. Minute. Schön gespielt. Tiele Manns mit dem Pass in die Schnittstelle dadurch. Und dann ist Vardy schneller als alle Innenverteidiger von Everton. Und das 3-0 ist besiegelt. Oh, wir haben noch nicht mal eine Halbzeit rum. Inla. Vardy. Ah, da sollte der nicht hin. Der sollte eigentlich zu Pato. Jack Jelka. Joel. Oh. Also riskant, da kann man es auch fast nicht mehr spielen. Barkley. Fuchs dazwischen. Fehler. Tiele Manns. Inla. Mares. 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 Und Halbzeit. 3-0 führen wir durch den Doppelpack von Vardy und das Tor von Pato. Auf geht's in die zweiten 45 Minuten hier im Goodison Park. In Everton, wo die Fans einen düsteren Zerke leben. Meine Fans von Everton. Inla. Viel Pass. Und da waren Fuchs. Wie bei Andersson. Pato. Tiele Manns. Mares. 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 Optimistisch. Aber Optimismus muss auch vorhanden sein. Irgendwann geht so ein Ding mal rein. Dann haben wir das Tor der Saison. Coleman. Schön gespielt. Und Joel hält mal den Ball. Ecke. Und Ecke. Ecke kommt. Geklärt von Joel. Und Einwurf. Philipp. Andersson. Flanke. kommt nicht an. Kopfballball gewonnen. Pato. Da springt der Ball. Und McCarthy ist da. Schöner Ball nach vorne. Und Christian Fuchs. Philipp Andersson. Ja, das haben wir jetzt gut gemacht. Leighton Baines. Machen wir mal nach vorne. Beklärt. Von Tar. Miralas. Ui! Pfosten! Pato und Vardy im Zusammenspiel. Und oben sehe ich schon jemanden frei. Vardy. Pato! Knapp daneben. Boah! Da wäre ihm fast noch Mahrez seinen Weg gelaufen. Ah, cleverly. Und wieder Fuchs. Und Philipp Andersson. Und Philipp Andersson. Und passt. Und kommt nicht an. Jakirka. Ein Wurf. Lib Andersson. Oh, hat er das Klassiker gemacht. Jetzt die Flanke. Nein! Oh, Mann! Schade. Miralas kommt an Simson nicht vorbei. Wo was tut? Philipp Andersson. Jetzt vielleicht mal. Nein, noch nicht zu dem. Mann, bist du behindert im Kopf. Der sollte zum Mahrez unten hin. Zwei Minuten Nachspielzeit. Wunderbar ein Wurf für uns. Irgendwie bekommen wir den Ball nochmal. Aber dann war die... Oh, Mann! Ah, wäre eh abseits gewesen. Das muss das gewesen sein. Jetzt noch der Kopfball. Und das war's! Deswegen, wenn 3-0 in Everton ein Five-Konzert ist, ist das nicht schön. Aber nicht für uns, sondern für die Everton-Spieler. Souverän gewonnen in Everton. So. Und das Neue legt mich doch am Arsch. Nächstes Spiel gegen den FC Chelsea London. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.